Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Buzzfight hier bei Star Ocean 5. Wir sind ja bald nächstes hier beim Endboss, also des Endspiels und ja, mal sehen auf jeden Fall, wie es auf jeden Fall wird. Also wir haben jetzt auch hier diesen Boss hier, der war auch recht, ja nicht ohne kann man sagen und freut euch auf jeden Fall auf beim nächsten Gameplay, wenn wir gegen den Endboss bekämpfen werden. Also es wird auf jeden Fall echt cool. Ich wünsche euch jetzt mal hier viel Spaß mit dem Gameplay und ich würde mir sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. How good it feels to be the pinnacle of progress? I don't give a damn about Alma anymore. Now that I'm in this form, I don't need him to make the universe mine. I'm done with you. Your judgment's in here! Alma! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.